Und weiter geht's in der Juniorenklasse C mit Rennen Nr. 17, mit der 1, Richard Geyer, die 2, Jeremy Cipinski, die 5, Daniel Spiller, die 6, Arslan Veitzullin und die 9, Philipp Schmutemeier. Und wieder geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. E5 vor der neuen Daniel Schwülle vor Philipp Schmittermeier.